hallo freunde der natur und unserer tiere ich freue mich dass ihr euch meinen tierfilm anschaut ich denke dass es immer wieder schön ist die scheinbar unbeschwerten tiere im wald bei ihrer täglichen oder auch nächtlichen nahrungssuche oder auch bei ihrer beschäftigungs abläufen zu beobachten und genau dafür sind die wildkameras bestens geeignet völlig unbeschwert und frei ohne angst oder vorsicht präsentieren sich eine waschbären familie ein eichelherr und leider ein kranker fuchs und spielende bussade vor der kamera ein 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 und ein 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 ist treffen sich immer wieder wildtiere wie dachs fuchs oder waschbär sie scheinen neugierig zu sein denn sie prüfen das innere der röhre so weit wieder einmal ein kleiner einblick in unsere wunderbare tierwelt ich würde mich über einen daumen hoch sehr freuen wenn euch der film gefallen hat auch könnt ihr mein kanal kostenlos abonnieren ich verabschiede mich wie immer und sage tschüss und bis bald